Wie sieht es denn bitte aus mit Pre-Workout, Intra-Workout und Post-Workout? Macht das wirklich Sinn? Genau darum kümmern wir uns heute in dieser feinen RockTV-Folge. Willst du werden gescheiter und schlauer, schaust du regelmäßig RockTV. Ja, ich bin dein lieber Gastgeber, mein Name ist Christy Rock, ich bin Gründer und Inhaber von Rocksports. Das ist die allerfeinste Sportnahrung in 100% Bio-Qualität. Und meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und stärkeres bzw. geileres Leben zu begeistern. Und dazu gehört eben für mich nicht nur die feinste Sportnahrung bei uns im Online-Shop, rock-sports.at oder die feinsten Bio-Gewürze, alle Produkte, die wir haben, sondern da gehört für mich auch das Wissen rundherum dazu. Sprich, wie kann ich all das anwenden? Wir kennen das und vor allem gerade bei diesem Thema Pre-, Intra- und Post-Workout, da wird so viel herumgeredet. Aber viele Menschen wissen gar nicht, warum man das überhaupt braucht. Heutzutage ist es halt cool. Früher hat man gesagt, Ernährung vor dem Training, Ernährung während des Trainings, jetzt heißt es halt Pre-Workout, Intra-Workout und so weiter. Da kommt viel Unwissenheit mit. Und ich möchte heute einfach kurze, knackige, praktikable Tipps geben, wie man dieses Thema angehen kann. Und wie wichtig es ist. Denn am Ende des Tages sind diese Themen, die wir heute besprechen, wenn man möchte, dass aus dem Training tatsächlich auch entsprechend positive Konsequenzen rauskommen, sehr, sehr wichtig. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Wenn du sagst, das hört sich spannend an, du möchtest künftig nichts mehr versäumen, dann empfehle ich dir hier auf dem Rocksports YouTube-Kanal ein Abo zu hinterlassen. Ich freue mich über ein Like und ich freue mich über einen feinen Kommentar. Dann kannst du uns helfen, diese Inhalte weiter zu verbreiten. Wenn du sagst, ich habe nicht immer Zeit fürs Video, ich möchte mir auch unterwegs was reinziehen, dann kannst du gerne die Tonspur dieses Videos auf dem Rockcast anhören. Der Rockcast ist der Podcast von Rocksports und den kannst du hören auf Spotify, auf Amazon Music, auf Apple Podcasts, auf allen großen Podcast-Plattformen. Somit bist du überall versorgt und kannst dir diese feinen Informationen gönnen. Ja, aber jetzt starten wir direkt ins Thema rein. Bei RockTV geht es darum, dass wir Themen behandeln, die tatsächlich zeitgemäß sind und die in den allermeisten Fällen direkt von euch aus der feinen Rocksports-Gemeinde kommen. Das heißt, du kannst das Fernsehprogramm mitgestalten, genauso wie es auch eine Dame hier getan hat, die mich gefragt hat, was macht wirklich Sinn? Pre-Workout, Intra-Workout, Post-Workout, was soll ich denn jetzt von den Dingen machen und was heißt das jetzt für mich? Ich bin ja kein Profisportler, sondern ich gehe ja nur laufen. Macht das auch Sinn? Und genau das werden wir heute kurz beantworten. Ich habe da in einem Rahmen einer kleinen Tabelle die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Das heißt, am Ende dieser kurzen, feinen RockTV-Folge weißt du deutlich bzw. sehr, sehr konkret, was im nächsten Schritt zu tun ist. So, zu Beginn einmal die Erklärung. Pre-Workout, Intra-Workout, Post-Workout. Workout wissen wir, englischer Begriff, für die Trainingseinheit. Ursprünglich kommt das Ganze eher aus dem Kraftsport, aus dem Power-Building oder Bodybuilding-Bereich. Aber natürlich, Workout kann ich im Grunde für alles anwenden. Das heißt, diese Thematik betrifft nicht nur die klassischen Bodybuilder und Muskel-Fans wie mich, sondern eben auch jeden anderen Sportler. Denn am Ende des Tages, ob ich jetzt klassisch Hypertrophie-Training betreibe im Fitnessstudio oder ob ich jetzt einen Berglauf mache oder nur unter Anführungszeichen mich mit einem Abendlauf fit halte oder was auch immer ich mache, der Körper braucht bestimmte Nährstoffe, um seine beste Leistung zu bringen. Völlig egal, auf welcher Ebene das ist. Natürlich, je weiter oben ich angesiedelt bin, Stichwort Profi-Athleten, Wettkampfathleten, desto wichtiger wird es. Ich bin jetzt bald wieder in der Vorbereitung für die österreichische Staatsmeisterschaft im Powerlifting und da muss ich natürlich meine Hausaufgaben machen, sofern ich am Wettkampftag richtig abliefern möchte. Wenn es nur unter Anführungszeichen, völlig wertfrei gemeint, ein Abendlauf ist, wo es einfach darum geht abzuschalten und noch ein bisschen den feinen Abend zu genießen, dann ist es nicht ganz so wichtig. Aber zusammengefasst bedeutet einmal, diese drei Begriffe, Pre-Workout, Intra-Workout, Post-Workout, beschreiben im Grunde die Zeit, für die diese Nahrungszufuhr oder Nährstoffzufuhr gedacht ist. Ich habe hier diese blaue Linie, die Trainingszeit markiert. Alles, was ich während dieser Trainingszeit trinke oder esse, spricht man dann vom Intra-Workout, innerhalb des Trainings, innerhalb des Workouts. Alles, was ich davor esse, Pre-Workout, davor und Post-Workout ist alles danach. Das heißt, wir kümmern uns im Grunde lediglich um drei verschiedene Bereiche und schauen uns an, okay, was muss ich denn vor dem Training essen, damit ich in der Trainingszeit bestmöglich performen kann. Denn wir wissen das ja alle, wenn man mal nicht gescheit gegessen hat, wenn man schlecht geschlafen hat, dann ist das Training in der Regel auch dementsprechend nicht so optimal. Wenn ich hingegen gut erholt bin, gut gegessen habe, gut hydriert bin, kann ich richtig Gas geben im Training. Und genau so kann man eben anhand dieser einzelnen Phasen auch den Trainingserfolg steuern. Das heißt, meine Empfehlung von Herzen, bevor wir jetzt hier einsteigen, wenn du deine Trainingszeit ideal nutzen möchtest, und ich glaube, das will jede bzw. jeder von uns, wenn ich jetzt zwei Stunden irgendwas mache, ob ich jetzt im Fitnessstudio bin, ob ich jetzt Fußball spielen gehe, ob ich laufen gehe, völlig egal, ich möchte ja mit diesem Training den bestmöglichen Effekt für mich rausholen. Ob das jetzt die Steigerung der Ausdauerleistungsfähigkeit ist, ob das ein großer Oberarm ist, ob das viele Kilogramm im Kreuzheben sind, so wie es bei mir beispielsweise aktuell ist. Ich möchte meine Zeit im Fitnessstudio mit einem bestmöglichen Effekt haben. Das heißt, ich möchte trainieren, idealerweise mit der Bestleistung meines Körpers, denn dadurch kann ich auch den besten Trainingsreiz setzen. Und wenn ich dann auch noch meine Hausaufgaben im Post-Workout-Bereich mache, sprich danach, das heißt ausreichend Nährstoffe zuführe, dann kann der Körper den optimalen Trainingsreiz, den ich im Training gesetzt habe, auch umsetzen, zum Beispiel im Sinne von einer Hypertrophie, das heißt eine entsprechende Steigerung der Muskelmasse. Das heißt, ich glaube, es steht außer Frage, dass wir die Trainingszeit im Regelfall so effektiv wie möglich nutzen möchten und so viel wie möglich Ergebnis daraus haben wollen. Das unterstelle ich jetzt einmal. Sollte das nicht der Fall sein, melde dich unten, schreib rein, können wir gerne diskutieren. Gut, das ist einmal das eine. Das heißt, jetzt haben wir einmal eine Begriffsbestimmung gemacht und wir haben definiert, okay, Pre-Workout heißt vor dem Training, Intra-Workout heißt während des Trainings, Post-Workout heißt nach dem Training. So, und jetzt ist es ja so, ein Workout, wie ich schon ein paar Mal beschrieben habe, kann ja unterschiedlichsten Variationen unterliegen, ob das jetzt Powerlifting ist, so wie es ich mache, Kraft-Dreikampf, ob das jetzt klassisches Bodybuilding-Training ist, Hypertrophie-Training, ob das Austrauer-Training, Sprint-Training, Kampfsport, Berglauf, was auch immer, all das fällt ja theoretisch unter dem Begriff Workout. So, das heißt, ich muss mir zu Beginn einmal die Frage stellen, oder nicht, du selbst musst sie dir stellen, was ist denn dein konkretes Ziel, das du verfolgst? Willst du dich jetzt einfach nur unter Anführungszeichen fit halten? Ist auch okay. Dann schau einfach, wenn du beispielsweise laufen gehst, dass du trotzdem für deinen Lauf diese Hausaufgaben machst, die wir jetzt gleich besprechen. Das heißt, zu Beginn ist einfach wichtig, okay, was möchte ich denn mit meinem Training erreichen? Wenn du vielleicht laufen gehst, möchtest du dich vielleicht fit halten und möchtest vielleicht ein paar Kilos reduzieren, wenn du ins Fitnessstudio gehst, möchtest du vielleicht eher ein bisschen Muskelmasse aufbauen, vielleicht ein bisschen Körperfett reduzieren. Das heißt, auch wenn du sagst, dass du es unter Anführungszeichen nur zum Fit halten machst, gibt es trotzdem, wenn du ehrlich bist, im Hintergrund irgendwo eine entsprechende Zielsetzung. Irgendwas möchtest du ja mit dem Training erreichen. Natürlich macht es auch Spaß, aber es soll ja auch irgendein Effekt daraus herauskommen. So, und das ist Hausaufgabe Nummer 1, das heißt, das musst du für dich definieren. Ich habe jetzt, damit das Ganze anschaulich ist, einfach einmal anhand meiner konkreten Situation, die die folgende Tabelle aufgearbeitet hat und dann schauen wir uns das einfach Stück für Stück durch und ich versuche auch immer im Vorbeigehen zwei, drei andere Sportarten mit reinzunehmen. So, fangen wir mal an mit der Pre-Workout-Phase. Das heißt, wir befinden uns jetzt circa zwei bis drei Stunden vor einer Trainingseinheit. Heute, wenn ich diese Folge hier im Rockstudio aufnehme, ist am Abend bei mir trainingsfrei, aber morgen steht bei mir wieder eine Trainingseinheit am Plan. So, und in der Pre-Workout-Phase, die beginnt bei mir zwei, drei, vier Stunden vor dem Training, da habe ich im Grunde meine letzte vollwertige große Mahlzeit. In meinem konkreten Fall, wenn ich abends trainieren gehe, ist es bei mir ein vollwertiges Mittagessen. Was heißt vollwertig? Vollwertig heißt, da sind Ballaststoffe dabei, da sind Fette dabei, im Grunde alles ist damit dabei. Das heißt, ein normales, cooles, vollwertiges Mittagessen. Was ich damit genau meine, ist folgendes, das werden wir dann im weiteren Verlauf hier sehen. Bei dieser vollwertigen Mahlzeit dürfen durchaus Ballaststoffe und Fette dabei sein, die die Verdauung verlangsamen. Wenn ich jetzt zu einer vollwertigen Mahlzeit eine Stunde bis null Stunden, sprich direkt vom Training esse, dann habe ich am vollen Magen, und wer schon einmal mit vollem Magen laufen gegangen ist, oder mit vollem Magen Gewichtgebergürtel angespannt hat, oder Krafttraining betrieben hat, der weiß, das funktioniert überhaupt nicht. Dementsprechend, irgendwo zwei, drei, vier Stunden vorher, bei mir sind es genau drei Stunden, was ich von der Erfahrung herausgearbeitet habe, davor kann ich eine vollwertige Mahlzeit essen. Vollwertig im Sinne, die hat einfach alle Makronährstoffe, Gemüse und Co. mit dabei. So, wenn es jetzt dann näher zum Training geht, und für mich ist es immer eine Stunde bis null Minuten, sprich direkt zum Trainingsanfang, dann kann ich auch eine Mahlzeit essen, oder sollte ich sogar eine Mahlzeit essen, weil am Ende des Tages hier zwei, drei, vier Stunden vorher, dann ist ja doch noch einiges an Zeit bis zum Training. Das heißt, davor durchaus gerne eine leichte Mahlzeit, darum habe ich das hier unter Anführungszeichen gesetzt. Leichte Mahlzeit bedeutet, nichts schweres Essen, wie mein Österreichschen so sagt, und schwer bedeutet nichts, wie ich es gerade erwähnt habe, ballaststoffreiches. Das heißt, wenn du dir eine halbe Stunde vorher 300 Gramm, 400, 500 Gramm Brokkoli reinzimmerst, dann wird das vermutlich ein Problem sein. Gleiches ist auch, wenn das sehr, sehr deftige Mahlzeit, sehr, sehr fettreiche Mahlzeit ist, auch da wirst du ein Problem bekommen. Das heißt, eine leichte Mahlzeit ist zum Beispiel, wie es in meinem Fall ist, das Rocksports Biosportgetränk, das ich circa 20 Minuten vor dem Training trinke. Das ist im Grunde eine Kohlehydratmatrix, findest du im Rocksports Shop, rocksports.at, und da hast du verschiedene Kohlenhydrate in Kombination, in flüssiger Form. Das heißt, das ist ein Getränkepulver, wenn du mich regelmäßig auf Instagram, Facebook, WhatsApp und Co. verfolgst, siehst du, dass ich mir das immer vor dem Training anmische. Das heißt, Sportgetränke sind nicht nur für Ausdauersportler, sondern durchaus auch für den Kraftsportler. Und das ist eine sogenannte leichte Mahlzeit. Warum? Weil das Ganze flüssig ist. Es muss in Wahrheit nahezu keine Verdauungsarbeit geleistet werden, um diese Nährstoffe, diese Kohlenhydrate, das Meersalz, die Elektrolyte entsprechend aufzunehmen. Das heißt, wenn ich die Makrosicht hier habe, bei der vollwertigen Mahlzeit von vorhin, Kohlenhydrate, Fett, Protein, dann bin ich hier nur mehr unter Anführungszeichen bei Kohlenhydraten und Eiweiß. Bei meinem konkreten Beispiel vom Sportgetränk ist gar kein Eiweiß drinnen, sondern da geht es primär um die Kohlenhydrate. Das heißt, Protein könnte man hier noch in Klammer setzen. Ich sage einmal, der Fokus ist hier, das machen wir gleich, der Fokus ist hier aus meiner Sicht bei den Kohlenhydraten. So, Protein haben wir hier in Klammer gesetzt. Und was haben wir jetzt mit diesen ganzen Pre-Workout-Mahlzeiten gemacht? Naja, wir haben dafür gesorgt, dass der Körper all seine Speicher voll gefüllt hat. Darum auch vollwertige Mahlzeit, darum auch Kohlenhydrate. Das heißt, egal ob ich jetzt Kraftsport betreibe, ob ich Ausdauersport betreibe, ich muss einfach schauen, dass die Speicher, die ich während des Trainings brauche, entsprechend befülle. Darum eingangs die Frage, was ist dein konkretes Ziel? 1 Stunde Bodybuilding-Training versus beispielsweise 20 Kilometer Lauf oder 5 Stunden Bergsteigen. Da brauchst du unterschiedliche Makronährstoffe. So, das war mal die Pre-Workout-Phase. Jetzt gehen wir direkt ins Intra-Workout. Das heißt, ich trinke mein Sportgetränk und dann mache ich mich auf dem Weg ins Fitnessstudio. Dauert circa 20 Minuten, bis ich auf der Trainingsfläche bin. Bis dorthin hat sich das Sportgetränk schon, ist es im Körper sozusagen und steht als Energie zur Verfügung. In der Trainingszeit stellt sich dann die Frage, naja, wie lange trainierst du? Bei mir ist eine typische Trainingsanheit, ich sage mal, brutto, das heißt, vom Reingehen bis zum Rausgehen drei Stunden, ich sage mal, Trainingszeit mit Mobility, Spagat-Training und Co., ich sage mal, zwei Stunden, vielleicht zweieinhalb. So, das heißt, Fokus Nummer eins bei mir ist es, ausreichend Flüssigkeit zufuhren. Vor allem, so wie es jetzt ist, im Hochsommer, wo die Temperaturen sehr, sehr hoch sind und der Schweißverlust sehr, sehr hoch ist, dann gilt Aufgabe Nummer eins, die Flüssigkeit, Zufuhr aufrechterhalten beziehungsweise die Dehydration oder der Dehydration möglichst gut entgegenwirken. Das trifft vor allem dann für die Ausdauersportler zu, wo einfach der Schweißverlust noch einmal höher ist und hier ist es auch wichtig, nicht nur Flüssigkeit, sondern, das ist meine Empfehlung, immer so eine Daumenregel, ab einer Stunde Trainingszeit macht es durchaus Sinn, dass man nicht nur Wasser trinkt, sondern eben auch ein Sportgetränk, das nicht nur Wasser zuführt, sondern eben auch Elektrolyte, vor allem auch Natrium, also Salz und Kohlenhydrate. Wenn das Training dann auch noch länger dauert, dann wäre auch die Möglichkeit von EAAs. EAAs sind die Essential Amino Acids, das sind sozusagen die essentiellen Aminosäulen. Aminosäulen sind die Bestandteile der Proteine und von allen Aminosäulen, aus denen unser Körper entsteht, circa 20 Stück sind es, gibt es 8 bzw. 9, die essentiell sind. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass ich diese essentiellen Aminosäulen in flüssiger Form beispielsweise im Training zuführe, ist im Bodybuilding sehr, sehr beliebt, im Austauschsport kommt es jetzt schon langsam, aber das ist nur eine Möglichkeit, wenn es wirklich lange dauert, dann helfen diese EAAs, dass man dem Muskelabbau, den Katapolenprozessen während des Trainings ein bisschen entgegenwirkt. So, das heißt, ich führe dem Körper das zu, was er während des Trainings verliert, nämlich Flüssigkeit durch den Schweißverlust. Natrium, wenn du mal deinen Schweiß drüber schlägst, merkst du, schmeckt es ja sehr salzig. Warum? Weil du Salz ausschwitzst, sprich Natrium. Das heißt, das solltest du wieder zuführen und natürlich auch, vor allem auch im Austauschsport, entsprechen Kohlenhydrate. Ansonsten wird irgendwann einmal der sogenannte Hammer kommen und das ist im Grunde dieser plötzliche Energieverlust, wenn du merkst, die Energie ist weg. Das ist das, wenn die Kohlenhydratspeicher aufgebraucht sind. So, und jetzt kommen wir zur Post-Workout-Phase. Und da ist im Grunde das Kernziel, dem Körper die Nährstoffe wiederzugeben, die im Training verbraucht wurden. Das heißt, ich habe hier mal leidenhaft hergeschrieben, rasche Wiederauffüllung der Speicher. Da rede ich primär von Kohlenhydraten. Der zweite Punkt und anführungszeichen hierhergeschrieben, die Baustoffe. Allen voran natürlich Protein bzw. Eiweiß. Ich gestalte das wie folgt, ich habe immer direkt nach dem Training relativ viel Hunger. Meine Trainingsanheiten sind sehr, sehr schwer und da merke ich einfach, die Maschine arbeitet, ich brauche da entsprechend Nährstoffe. So, wenn man sich jetzt hungrig zum Herd stellt und da irgendwas kocht, dann ist das für mich nicht so entspannend. Dementsprechend ist mein Post-Workout, mein Post-Workout-Mahlzeit zweistufig. Stufe Nummer 1 und das kennst du auch, wenn du mich regelmäßig auf Instagram und Facebook in den Stories verfolgst, ist mein Banana Rock, so habe ich ihn getauft. Das ist im Grunde nichts anderes wie 5 bis 600 Milliliter Milch, ca. 60 Gramm vom Rocksports Bio-Protein-Pulver. Fündest du auch im Rocksports-Online-Shop. Und da dazu gibt es dann noch eine Banane. Direkt mit rein, vermixt, schmeckt unglaublich geil. richtig feine, cremige Bananenmilch. Und das sorgt dafür, dass wir einerseits relativ schnell eine Wiederauffüllung haben, sprich, die schnellen Kohlenhydrate aus der Banane in Kombination mit den schnell verfügbaren Proteinen. Warum schnell verfügbar? Na ja, wenn du das vergleichst, dass du Proteine in Form eines Steaks isst, dauert es viele Stunden, bis die Verdauungsarbeit erledigt ist und die Aminosäuren verfügbar sind im Blut. Wenn du das hingegen flüssig trinkst als Shake, dann ist das deutlich schneller verfügbar, weil es flüssig ist und deutlich weniger Verdauungsarbeit notwendig ist. Das ist sozusagen das, was ich direkt nach dem Training esse bzw. trinke. Dann ist einmal das erste Hungergefühl weg und dann stelle ich mich komplett entspannt direkt zum Herd und mache mir noch irgendwas Feines, Leckeres, direkt frisch zubereitet. Das ist sozusagen die zweite Mahlzeit bei mir. Und damit sorge ich dafür, dass der Körper all das, was ihm im Training eventuell gefehlt hat, weil ich schaffe ja nie all das genau nachzufüllen, was ich brauche, in der Regel, dass ich ihm das hier gebe. Dementsprechend Post-Workout wieder das Ziel vor Augen haben und sagen, gibt es einen schönen Spruch, du bist im Training nur so gut, wie du nach dem letzten Training gegessen hast. Finde ich ziemlich cool und zeige dir einfach noch einmal, dass egal, ob du jetzt Post-Workout, Pre-Workout oder was auch immer, die gesamte Ernährung ist wichtig und du musst einfach wissen, wenn du irgendwelche Dinge nicht berücksichtigst, dass du einfach nicht das Optimum rausholst, im Regelfall. Dementsprechend, egal, welche Sportart du machst, schau einfach drauf, was braucht der Körper primär für ein Energiesubstrat während des Trainings und das schaue ich einfach, dass es entsprechend aufgefüllt ist. Und hier habe ich es ganz rechts noch dazu geschrieben, das ist immer individuell, weil ein 1-Stunden-Krafttraining was anderes ist, als ein 2-Stunden-MME-Kampftraining oder ein 3-Stunden-Abendlauf mit vielleicht ein paar Höhenmetern. Das sind 3-mal Workout, ja, aber es hat jeweils unterschiedliche Anforderungen. Ich werde wahrscheinlich bei dem 1-Stunden-Bodybuilding-Training reicht, wenn ich während des Trainings wahrscheinlich nur Wasser trinke. Dafür im Pre-Workout schaue ich, dass ich ausreichend Kohlenhydrate zuführe. Wenn es ins MMA-Training geht, 3 Stunden oder 2 Stunden, dann werde ich auf alle Fälle ausreichend Flüssigkeit mit Elektrolyten brauchen, damit ich den Wasserverlust schneller wieder ausgleichen kann. Plus wahrscheinlich auch Kohlenhydrate, ansonsten werde ich meinen Hammer bekommen. Und beim Ausdauersport ähnlich, werde ich auch ausreichend Kohlenhydrate sowohl davor als auch währenddessen mit einem Sportgetränk zuführen. Das heißt, du siehst schon die unterschiedlichen Ausprägungen, aber am Ende des Tages geht es darum, dass du alle 3 Phasen berücksichtigst. Das heißt, wenn wir jetzt die Frage der Dame zu Beginn beantworten, was macht Sinn, Pre-Workout, Intro-Workout, Post-Workout, in Wahrheit macht alles Sinn. Die Frage ist nur, was ist dein konkretes Ziel und für alle, die jetzt sagen, ja Chris, aber das ist ja so viel Arbeit und so weiter, ich behaupte, wenn du es schaffst, dass du zumindest 80% dieser Punkte hier ansatzweise erfüllst, dann wirst du schon nochmal einen extremen Fortschritt sehen. Wenn du dann sagst, ich habe Wettkampfambitionen, naja, dann musst du deine Hausaufgaben machen, dann musst du wissen, je weiter du von der Leistung her nach oben willst, desto wichtiger werden diese einzelnen Punkte. Wenn du aber nur unter Anführungszeichen einfache Ansprüche hast, dann reicht die 80%-Regel. Das heißt, Perfektionismus ist hier nicht angebracht, Perfektionismus ist ohnehin eine Ausprägung von Unsicherheit. Das heißt, das brauchst du ja nicht. 80%-Regel ist aus meiner Sicht im ersten Schritt auf alle Fälle mehr als ausreichend. Viele schaffen das vielleicht ein, zwei Wochen und dann schaffen sie auch die 80% nicht mehr. Das heißt, hier geht es vielmehr darum, eine Routine aus dem Ganzen zu machen, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst. Und wenn du sagst, das hört sich spannend an, da brauche ich Unterstützung bei mir selbst, das ist mir irgendwie alles zu kompliziert und vor allem, wie schaffe ich das in Routinen rein, dann schaue ich in die Video- beziehungsweise Podcast-Beschreibung unten rein, da findest du einen Link zum Rock-Prinzip, das ist mein Mentoring-Programm und da begleite ich viele Damen und Herren zu ihrem individuellen Ziel. Und das nicht nur abnehmen, zunehmen, was auch immer, sondern hin zu einer Routine, dass man in einem Alltag, der vielleicht termingetrieben ist und so weiter, trotzdem meinen Wunschkörper, mein Wunsch-Energie-Label und vor allem mein Wunsch-Mindset haben. Und das nicht nur zwei Wochen, sondern immer. Das findest du im Rock-Prinzip und ja, der Rest, den findest du auf rock-sports.de, nämlich unsere feinste Sportnahmen, Gewürze und Co. Ja, und wenn dir das gefallen hat, lass uns dein Feedback da, in Form eines Kommentars, in Form einer Podcast-Bewertung und du kannst wie eingangs gesagt das TV-Programm mitgestalten, indem du mir deine Wunschthemen zusendest. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein, viel Spaß beim Probieren und du wirst sehen, wenn du davor, danach und währenddessen gescheit isst und trinkst, dann wird der Körper sein Potenzial entfalten können oder besser entfalten können und da macht das Training erstens einmal richtig Laune, weil man währenddessen einfach mehr Power hat und man merkt auch, da kommt auch mehr aus dem Training raus, sprich jetzt beispielsweise Muskelaufbau, Körperfettreduktion, was auch immer und das ist das, was dann richtig, richtig Laune macht. Das heißt, zu Beginn vielleicht ein bisschen aufwendig vor dem Verständnis her etc., aber wenn du hier deine Hausaufgaben machst, wirst du auf alle Fälle deine Freude haben. In diesem Sinne, feinste Grüße aus dem Rock-Office und alles Gute für dich.